Er hat gesagt die Story, wie die Lehrer die Träne bekommen. Ich weiß, dass vielleicht auch nicht so etwas gibt. Es kommt nicht. Einer hat sich angeschaut? Sicher? Ja, das ist klar, aber kennen Sie mich so. Erstmal, du sitzt. Das ist die kleine Spiel von der Originalstube. Wir haben zehn Freunden am Wochenende aufgehauen, dass sie ausgespielt haben. Ja, aber ich bin wirklich noch ein Pferd im Gegenteil. Ich hasse so verpackene Liebescheiße mit den Männern. Bist du im zweiten Teil gewesen? Was ist das noch zu hören? Ich mag keinen Sand. Da muss ich der Einzige machen. Ich mag keinen Sand. Ich bin im zweiten Teil dreimal gegangen. Im zweiten Teil. Einmal, nein. Einmal, nein. Einmal mit deinem Scheiß. Einmal mit deinem Scheiß. Einmal mit deinem Scheiß. Ja, ja. Der Dritte hat mich dann auch geliebt. Wo sie dann auf den Balkon stehen. Wenn ich jetzt schon zusammen bin. Zeig mal gleich mal. Wenn ich jetzt bin, du bist wunderschön. Dann haben sie gesagt, weil ich nicht so verliebt bin. Spitz. Spitz. Bist du, wie er da auf jeder geworden ist. Nicht verliebt. Ich find's eh gut, dass es so ein Liebesgeschichte ist. Ich muss einen Kunt geben. Das mit dem Mutter war mein Kunt und nicht mehr. Das war auch unruhend. Dann gibt's keine Ahnung. Weil die Räder sind die Elteste und die Elteste. Ja, ja, aber wenn es Winduerträcht ist, er wollte ja den Foto nicht drauf und die Räder. Ich habe es schon gesagt, wenn es Winduerträcht ist, dann geht es mit dem Foto nicht. Aber die Räder ist mit dem Winduerträcht, es ist nicht der Räder, es ist der Weg, dass jeder ihn eigentlich nach Erfssingen ist. Weil wenn man das Männeteil ist, Ich bin hierhergekommen. Ja, ja. Ich bin hierhergekommen. Wir sind hierhergekommen. Ich bin hierhergekommen. Ich bin hierhergekommen. Natürlich liebe ich die Tests nicht. Aber ich koch nicht. dass er auch auf Teams, wo sie auf Zeppelin gelandet sind, dass er auch Wörter in den Mund gelegt hat. Ja, ja. Wo er sagt, wo er sagt, ich hab's auf Englisch geschaut, wie cool ihr wisst es jetzt. Und er sagt, dass Jada genau so nach, und Jada hat halt so viele Anzeichen kommt, also sensibel. Aber es wird eh was Jada gesagt, dass er hat. Er wollte das erste Teil, und es war mit den anderen Trimten. Eine ähnliche Halter. Er wollte genau das Jada, wie die Jada ist. Er kommt dumm, aber die Jada, Jada kann ich auch mal klingeln haben. Ja, so Ur-Dum. Ja, irgendetwas. Und ich hab aber auch, der ist genau das Leute, der wollte der Jada haben. Ur-Dum. Aber die Fans haben so... Der hat bisschen Heed auch. Ja, genau. Deswegen hab ich das nicht gemacht. Er hat so viel Heed bekommen, Jada, dass sie gedacht haben, oh, wenn wir den jetzt zu süd machen, das R-Schul ist dann alle zu knallen. Das hab ich. Ich hätte es aber cool gefunden zu sehen. Was war's? Na, ich war mit. So? Ja. Nein, das ist nicht so, ich steh den, wo den so... Warte. Ich war jetzt so, ich steh hier drauf, aber es ist schon fast. Ja, ich... Wie viel kostet das? Genau. Ich wollte jetzt mal eine Zahre. Ja. Ja, gerne. Ich hab zwar eine Zahre. Ich hab keine Zahn. Siehe jetzt! Schi Uff! Alfin, Entschuldigung! Alfin, Entschuldigung! Ich weiß nicht, ich mein Mann. Ihr seid nicht, ich meine. Ich dachte nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht...